Halsfaltenbehandlung ist eine der häufigsten Behandlungen, die wir hier durchführen, auch bei jungen Patientinnen. Wir zeigen ja relativ häufig auch Halsfaltenbehandlung bei älteren Patientinnen. Hier mal ein Beispiel bei einem Patienten, die jetzt im Anfang des mittleren Lebensabschnittes ist. Und hier die Anzeichnung von den Halsfalten. Die Halsfalten tragen deswegen eine besondere Bedeutung, weil sie die Jugendlichkeit zeigen und hier auch keine anderen Kaschierungsmöglichkeiten gibt. Und ich denke, die Einfachheit der Behandlung sieht man hier, wenn das sehr häufig durchgeführt wird. Und dann hat man ein sehr schnelles und vor allem ein sehr schönes Ergebnis in diesem Stadium, weil hier keine Hyaluronsäurebehandlung noch zusätzlich vonnöten sein wird.